Herzlich Willkommen zurück zu Maruka Dacht mit der Lu Boops 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 Ich muss die Knochen-Trocknen dünnen, sag ich jetzt Achso Alle Mai angeklickt hier Oh Eh 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 Jetzt kann man nicht mehr klicken Das ist immer so traurig Weh, jetzt kommt wieder die Sche... Ohhhh Ahhhh 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 Mon dieu Ahhhh Ahhhh Der Georg Der Georg Ich hab noch keinen mit 9990 Punkten gesehen Hm ich auch nicht Ist übrigens das Maximum, falls das noch keiner wusste Ist irgendwie traurig, oder? Ja Dann kriegt man gar keine Punkte mehr Kannst du noch verlieren Und dann kannst du wieder darauf hinarbeiten, dass du wieder Null hast Yay So lang verlieren, bis du wieder 1000 hast Ja genau Und dann kannst du wieder von vorne anfangen Hört auf mir Windschatten zu geben in dieser fucking Kurve Oh Gott nein Hast du den Schatten bekommen? Ja Nein, ich bin einfach so scheiße gefahren Haha Gut, dass du das einsiehst Ich brauch das nicht Haha Dann hab ich meinen Panzer einfach mal an den Abrund geschmissen, weil ich gedacht hab Freu nicht Sehr gut Du scheinst das Spiel gut zu können Aber freu nicht Bin ich überhaupt nicht nötig sowas Haha Wer braucht den Wer braucht den Skill Wer braucht sowas Nein Jetzt hab ich hier wieder Pilze und ich kann hier dann nicht einsetzen Achso man fährt erst rechts rum und dann fallen die hier wieder runter Achso und das soll kürzer sein Ähm Ich bin da ein bisschen falsch gefallen Oh Gott Geil Haha Bist du dir richtig gefallen Ich bin So lustig gefallen gerade Das war Skill Das war geplant Hast du da gekichert? Kichert? Gekichert? Nein, nein, nein Was? Musstest du da kichern? Nee, was? Was? Das war alles geplant Was will der von mir? Benutz mal einen Pilz in der Kurve Nee Ah ah Mach ich aber Oh Gott War die Kurve dann aber immer zu Ende Hilfe Hast du auch einen Pilz benutzt? Ja Aus Panik? Äh Ja, ich wollte eigentlich hier wieder ein neues Item bekommen, aber hab ich verkackert Oh nein Ich bin Schatten Oh nein Da fallen alle runter, ja Ja Und dann fand sie hier Nein, oh Gott, der Pilz hat mich nicht getötet Sehr gut Ich folge dem Streifen Jetzt musst du direkt wieder weiter runterfallen Ach so Ja Das hab ich gerade aus Versehen gemacht Ja, das ist aber richtig, das ist die Abkürzung, die sie alle nehmen Eh Also Abkürzung, ich glaub nicht, dass Nintendo das so geplant hat Aber jeder macht das Der muss man nicht um die Kurven fahren Wobei der Geist von Nintendo macht das auch Also wird Nintendo das schon bedacht haben Clever Clever Nein Der Stern ist zu schnell für die Kurve Nein Bist gleich jemand runtergefallen Das sah aus wie eine rosa gold peach Was? Niemals Glaub die Lu war das Was? Oh nein, ich bin auf dem falschen Streifen, ich bin auf dem falschen Streifen Oh nein 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 Oh nein, ich bin zu weit rechts gefahren Also ich bin falsch gefahren Du hast ja auch 3000 und nicht 2000 Wie kann ich denn... Was denn? Das ist voll gemein Das ist voll gemein Was quengelst du da Ich lass mich quengeln Wer ist das? Becci Nimm die königliche Rennpiste Gerade Geht doch mal so durch, dass wir mal ein bisschen Abwechslung drin haben Man An Na Du müsst doch auch an unsere Videos denken Ja Aus Schweden Festerer Goethe-Lands-Land Was, Ikea? Ja, Ikea Das ist das... Das ist das Regal, der Tisch und der Stuhl dazu Du meinst Billy, okay Billy gibt's nicht mehr Oh nein, Billy Billy ist tot Will nicht Erster sein So ein cooles Item Krieg dir nie ein Item Ich krieg ja auch ein Item in der Mitte, Mann Äh, ein Item in der Mitte, ja Eine Münze in der Mitte Wow, krass Ich krieg einfach gar kein Item hier immer Und ich war Vierter, Fünfter Wieso ist Klische wieder Erster? Der immer Erster ist Welchen Hack hat der an? Den soll er mir mal schicken Durch die Flamme gefahren Shooter Wow, so viele grüne Panzer Hast du das gesehen? Was war das? Ja Vor mir war grad so eine Armee Grüne Panzer An mir sind grade sechs grüne Panzer vorbeigefahren Was war das? Oh nein, Roter, nein Ach man Alter war das ein... Oh Gott Ach Menö Das ist gut Kelly ist explodiert Kelly ist explodiert Ich bin im Matsch gelanden Richtig so Hast du den Blitz? Boah, so viele Gemünzen Ja Du bist jetzt ganz schön gemein Das ist das erste Mal glaub ich, dass ich in diesem... Seitdem wir dieses Spiel spielen einen Blitz hatte Hast du das? Nein Aber... Ich hab sowas ähnliches geplant Achso Ich hab doch jemanden überholt Warum war der noch auf mich? Oh Scheiße ey Jetzt überholen sie mich alle Anne, kriegst du den grünen ab Na, wer kriegt den grünen? Keiner kriegt den grünen Das ist Klee Klee ist ganz schön weit hinten Klee musste auch sehr viel aushalten Klee hat alles abbekommen Ich auch Ich sehe nix Ich auch Ach du Kannst es ab Ist das schön, dass man das nicht abbekommt, wenn man hinter dem ist, der das hatte Oh Nein Bist du sechst? Nein, du bist du nicht, okay Ich bin achter Bombe Ich find Peaches Posen Was ist da gerade passiert? Ich find ihre Posen beim Tricksen so lustig Jetzt machst du hier Yeah Oh nein Nein, nicht hier den roten Oh, komm schon Ach ja Was ist denn hier los? Die liegen beim Münzen und keiner kann sie sammeln, weil sie kacke liegen Oh yes, ich kann Oh, hier ist voll Party Zu Party Oh nein, jetzt hat er hier rote Na klar Nein Shit Shit Oh, hast du mich jetzt überholt? Ja Wie hast du das denn gemacht? Ich hatte noch Pilze Und ich musste aber warten, bis du deine roten verschossen hattest Also kurz vor dem Ziel werde ich dich eh nicht mehr erwischen Hm Sehr gut, sehr gut Das war jetzt ein abrupter Abbruch Ist die Vigo abgestürzt? Ja Ne, okay Das war jetzt merkwürdig in meinem Kopf Das waren nur alle so gleichzeitig ganz schnell fertig Wir hatten schon voll lange den Canyon nicht mehr, ne? Der Zuckersüße Der Zuckersüße Mal eigentlich mal wieder flug machen Ach ja Ach ja Ach ja Stress Ist jetzt die dritte, oder? Ja Gut Gut Warum hat der den Bart so schwebend? Der kleine da Und ein Muttermal schwebend Was zum Henker Was man alles mit dem Nies machen kann, ne? Wie das da rum schwebt Ja Ich denke die ganze Zeit, ich habe einen Fleck auf dem Bildschirm Ach ja Ach ja Die Pest Das hast du gesagt Weil du es vor 8 Jahren gesagt hast Ach ja Die Pest Die Wolke wobbelt so Die Wolke wobbelt so Die Wolke wobbelt so Verknoppig Irgendwie schaffe ich gerade nur den Ich mag hier die Anfangsmusik Das Oh, ich habe meine Banane am Anfang bekommen Ich auch Nachmacher Sollts nicht bei mir gucken Fahr bei dir Ah Hä Hä Was will der? Ah Ich bin in die Wand gefahren Ich bin in die Wand gefahren Ich nur du Nein Oh Gott Oh Gott Was geht hier vor sich? Was ist da los? Was geht hier vor sich, Leute? Leute, Leute, Leute Leute, Leute, Leute Leute, Leute Macht doch nicht so viel Party Bin ich bereit für Zupati 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 Oh 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 Was passiert hier? Nein Das war ein scheiße gesetzter Pilz Oh shit Da ist ein Knochen im Weg Da ist ein Knochen im Weg gewesen Ich finde es aber schön, dass du genauso kacke gefahren bist Voll der Knochen im Weg, ja? Oh nein Oh Gott Oh nein Ich bin kacke Wisst du das? Ja Das ist wahr Ich weiß, wann ich kacke bin Oh nein Oh nein Ich fahre Scheiß Scheiß Nein Pflanze Ich hab verkackt Warum? Ein scheiße gesetzter Pilz hier Ein scheiße gesetzter Pilz hier Ein scheiße gesetzter Pilz da Ja, ich hab den Blitz Ja, aber den Stern hat es Ja, aber den Stern hat es Ja, aber den Stern hat es Yay Yay Wie fährt man denn hier? Oh shit So nicht Ich hab schon wieder verkackert Oh Gott Man fährt so Hier so Da so durch Da so Aber das ist doch so eng Ja, da musst du so rein driften Wegen dir bin ich jetzt zu spät in die Kurve gegangen Alles verpasst hier Oh Gott Nein Oh Gott, da war ein Bock auf Gut, dass ich nicht da lang gefahren bin Was blinkt denn hier immer? Ja, hier ist grad voll Party Oh das Bell Gott, ich bin 11,10 Wieso schaff ich diese Kurve nie? Und wieso? Ach da Hallo Oh shit Tschüss Ich hab die Kurve verpasst Ich auch, hallo Was geht, Lu? Hi, na? Alle weg Ich kann diese Strecke nicht Wir auch nicht Ja, da nutzen wir auch die Pirzen nichts Miau Ah Oh shit 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 Oh, ich will vor Lu Vor Lu Nein Oh Gott Vor mir Hast du das bei mir gesehen? Nein Vor mir ist genau ein Knochen trocken aufgeploppt und ich bin dagegen gefahren So pop Das war ja schrecklich, ey Ach so Uh, dieses failing Vor mir kommt ein Knochen trocken aus dem Boden hoch, ey, so pop Ich fahr rein, toll Dann müssen wir aufhören, ne? Dann machen wir den Sonnenflughafen Nein Ach scheiß Nein, mach nicht den Sonnenflughafen Wir machen ihn nicht Wir machen jetzt das Vulkankrollen, weil ich mich verklickt hab Ach, den magst du ja auch nicht, den Flughafen Ja ebenso hab ich doch gesagt, nein, wir machen den nicht Wieso magst du den nicht? Ich mag den nicht Ich hab da irgendwie, ich weiß auch nicht warum Der ist super Du bist voll die Sau Was? Ich doch nicht Ich rülpst dir ins Mikro, ey Ich hab gar nicht rein gerülpst Nein Ich hab zur Seite gerülpst Ist hier nur ein Großmembraner Da wird man's auch hören, wenn du da hinten in die Ecke rülpst Hallo So, sonst bin ich immer zu leise Zeug Keiner hat vom Rülpsen gesprochen Und das hört man dann überall, oder was? Ja klar Unlogisch Oh, ich hab's verkackert Hast du's? Ja Indeed I have Jawohl, wer hat das Item bekommen? Ich hab das Item bekommen Ich hab ihn sogar aus der Luft abgeschossen Oh, fuck it Klee fährt oben lang, das heißt das Das heißt, oben ist besser Ja Ich fahr eigentlich auch immer oben lang Aber ich hab's verkackert Oder Klee will uns einfach nur wieder trollen Ja Verhöhnen Und sagen, er braucht nicht unten lang fahren Ja Er kann das auch so Ja Ja, ist alles klar Oh Gott Oh, was? Scheiss Morang, ey Ah, verdammt Er ist wieder nach rechts gewechselt Äh, nach links gewechselt Boah, wo ist denn der Bobbom hingehüpft? Krass Wollen wir auf Reisen? Ich hab mal gespannt, ob er da immer neu ist Oh, da kommt ein Blauer Ein Blaue Okay, cool Ups Warum fahr ich eigentlich immer gegen alle? Was hast du denn jetzt gemacht? Wieso fliegt der Blaue denn da lang? Ohhhh Über die Brücke Da auf der Rampe? Ja Mies Ohhhh Er hat sich selbst getroffen Das ist viel cooler Ja, klar Oh yes Was hab ich denn da? Fuck Fucking Shitbull Ja genau Shitbull Komm, gib mir deinen Windschений Weg, Esteban. Anne? Was soll das? Was soll das Ganze immer, Anne? Das werde ich mir alles merken. Niau. Niau. Oh Gott. Oh shit. Verkackt. Ja, sehr gut. Ich habe nichts gesehen. Sehr gut, Lu. Du bist der Pro. Was mache ich eigentlich hier gerade? Mario Kart spielen. Warum kann ich das eigentlich immer nie, wenn wir aufnehmen? Ich weiß nicht. Das macht mich irgendwie traurig. Das ist nicht gut. Ich bin Vierter und werde es auch bleiben. Ich bin Neunter. Ich bin viel besser als war. Rückwärts gesehen. Oh, Klee, ich habe dich noch überholt. Yala. Yala. Nein. Gott, der Blaue, ey. Yala. Yala, habe ich gesagt. Nicht Yala. Und? Ging die Wandgefahren. Sehr gut. Sehr gut. Jep. Jep. Super. Elf Punkte. Das war das vierte. Wir sehen uns im nächsten Mal. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020